Da kommt ein Auto, Digga. Ok, dann machen wir das. Dann kriegen wir jetzt Besuch. Wir kriegen Besuch. Ich glaube, der will durch. Ja, dann lass das gut sein. Hier befindet der Hannah von meiner Wiese. Die Sauerei möchte ich in meinem Futter drin haben. Sonst gibt es ein Haarzeug. Ich rufe jetzt gleich. Es ist kein öffentlicher Weg. Der kann zu dennerwies und zu dennerwies. Das gehört Ihnen. Ja, ab. Sonst rufe ich gleich Polizei. Die Sauerei denn hier aufrufen? Ja, klar. Hä? Wir sind hier auf einer kleinen Ausweichlocation. Hier extra so eine Sackgasse. Eigentlich wären wir immer genau da hinten. Hinter dem Wäldchen hier. Aber da oben sind so ein paar Holzfäller. Und da haben wir uns wegen der Lautstärke von dem belästigt gefühlt. Deshalb sind wir ausgewichen. Ja gut. Da hinten sind noch irgendwo Spaziergänger. Aber jetzt ist grad Windstill. Hier befindet der Hannah von meiner Wiese. Die Sauerei möchte ich in meinem Futter drin haben. Sonst gibt es ein Haarzeug. Ich rufe jetzt gleich. Es ist kein öffentlicher Weg. Der kann zu dennerwies und zu dennerwies. Das gehört Ihnen. Ja, ab. Sonst rufe ich gleich Polizei. Die Sauerei denn hier aufrufen? Nein, wir schießen da gar nichts mehr ab. Weil ich rufe jetzt gleich Polizei. Ja, wir räumen auf. Wir räumen doch auch. Nein, ich rufe jetzt nicht. Wieso? Das ist der Leister, wir rücken das. Nein, auf meinem Bordstück nicht. Wir haben ein Hausdruck. Ja, wo hast du ein Bordstück hier? Weiß? Ja, das wollte ich sagen. Die Sauerei räumen. Das habe ich schon mal gekauft. Wir sagen, wir räumen auf. Wir räumen nicht. So, bitte lieber noch. So, ich rufe jetzt gleich Polizei. Ja, wir gehen ja. Aber wir müssen doch zuerst aufrufen. Das brauchen wir doch gar nicht mehr. Wir machen es nicht, wir räumen. Wir können uns doch zuschauen. Wir haben eine andere Arbeit. Ich rufe jetzt zu, um zu gucken, die Sauerei zu müssen. Also, wir räumen kurz. So, wir händeln dann. Dann machen wir's hören. Alles klar. Zehn Minuten, ich habe noch Zeit. So, ich rufe die Polizei. Ja, ist ja. Ab. Lauf. So geht's nämlich jetzt. Hier steht halt nirgendwo was vom Privatgrundstück. Deshalb können wir das ja nicht wissen. So etwas so oder so nicht auf einem Feld. Wo denn dann? Sollen wir das jetzt schon in der Stadt machen? Wir können doch nicht einfach auf fremdem Grundstück. Das ist wie wenn ich bei dir daheim in den Garten rein gehe und auch abschieße. Ja, aber da kann man sich glaube ich denken, dass das jemand gehört. Ja, aber hier doch auch. Ist das alles Eures, oder? Unseres nicht, aber wir denken jetzt auch nicht, dass es gut ist. Ja. Ja. Also das steht hier schon. Da wird Kuttermittelprodukt, kann man sagen, produziert. Für ein bisschen Fleisch, das ihr vielleicht auch mal möchtet. Also, oder? Ja, okay. Wir räumen hier auf. Wenn du schlägst, dann kann man da den Scheiß die Viecher rein und das präsentiert doch, oder? Ein bisschen mehr hören, hätte ich das von euch. Können wir auch mal erwarten. Aber das was er doch wohl nicht mehr hat. Das ist egal. Das ist eh, dass Landwirtschaft für euch scheißegal ist. Und, ihr dürfe das jetzt noch nicht einmal. Nein, das stimmt nicht. Das abschießen. Doch, und ja. Den ganzen Tag darf man. Es gibt keine weiteren Geschränke. Wer sei das? Unsere Stadt. Ja, mhm. Gut, dann muss ich mal da auch nachfragen. Vom Ordnungsamt, dann mal den fragen. Ja, was können Sie machen? Ja, den frage ich nach nächstes Wochen. Ja, den fährt nicht weg. Das ist die Fiese. Ja, das kann man sein. Ja. Ja, in der Platte, das ist nicht so. Das ist nicht super. Ja, das ist toll. Ja, bei diesem Grund. Ich lebe dich nicht hin zu, wenn ich das nicht hinbekomme. Ja, da bin ich gut. Ja, ich lebe dich nicht. Das ist ein heißer Fohlen da, oder was? Das ist ja. Ich hab's ja auf die Seite gestellt, das ist bestimmt Fohlen. Das sieht noch nicht gut aus bei Ihnen. Nein, nein, das sieht noch nicht gut aus. Da hinten, ich schlage ihn auch noch dahinten. Lauf noch hinteren Randlein gewuscht auf. Ich hab's gerade aufgewandt. Ich hab's gerade aufgewandt. Lauf drauf vorbei. Guck, ist besser. Ja, genau. Die freuen sich nämlich tatsächlich. Genau. Das ist alles klar. Können Sie das machen, daheim. Kein Thema. Aber in der Haltung von der Wirtschaftsrechnung. Alter, dann ist das gut. Ja. Und die nehmen das alles auf und dann ist das okay. Und dann ist das okay. Und dann ist das auch im Rathaus. Der Freizieberburgemeister. Ja, der bleibt sich großem Hut. Ja. Noch Zeit. Allgemeinheit. Durchkommen. Ja, gut. Also Mann, wir gehen wieder runter. Ja. Nein, das trafst du schon mal. Dahinten liegt auch noch was, so wie ich meine Beine auch gesehen habe. Ist das? Krass Mann. Da liegt auch noch was da drüben. Meine Augen sehen nicht da drüben noch was. Ich hab gesagt, das ist alles so ordentlich so hochgekommen. Wir sind bestimmt beim Sportverein. Oder? Was? Wir sind bestimmt beim Sportverein, oder? Nee, wieso? Was hat das mit dem Sportverein zu sein? Anders sind wir ja noch fitter und knackig und jung. Sportlich, dynamisch, erfolgreich. Und was machen Sie heute noch so? Wir machen auch gut, dass es in der Zusammenordnung ist. Fahren Sie den ganzen Tag? Ja. Sieht das ja, oder was? Wir sind ja Informanten. Informanten? Genau. Aha. Ich war heute Morgen der Jäger unterwegs. Der Jäger hat echt gesichtet. Und damit wir auch noch ein bisschen modern sind, und wo sie abwählen sind. Den haben wir auch gesehen. Den hat das nicht interessiert. Ganz genau. Weil er ist auch nichts Wunschiges angezündet. Er fügt ja hier nur die Jagd aus. Aber ich mein's nur gut. Machen Sie doch einfach ein Schild hin oder so. Dann ist es gut. Vorne, vorne an die Straße. Vorne kein Schild hinmachen, ey. Das ist hier ein Weg. Nö, das ist genau ein Weg. Das ist nicht immer ein Weg. Das ist nicht immer ein Weg. Das ist nicht immer ein privater Weg. Das ist ein privater Weg. Das ist ein Dämpfunkunstückseigentümer. Der ist immer mittig gehalten. Ja, richtig. Deshalb können wir doch ein Schild hinmachen vorne. Irgendwie mal entkürzt. Der Hof einfach. Wir haben das nicht gemeint. Wir haben gedacht. Erstens morgens fahren wir raus. Stören wir gleich. So war der Gedanke. Gut. Ist auch in Ordnung. Ja, okay. Na, was denn? Da muss der Gedanke. Ich hab mir gerade scheißegal. Aber du musst noch ein Schild. Mit Ihnen aber nichts. Ja, den räumen wir ja gerade auf. Ja, ist doch gut. Da brauchen wir ja gerne Handzeichen. Das ist eine Verunreinigung von unserem Grundstück. Wir wollen den Grundstück nicht mehr machen. Das ist eine Verunreinigung von unserem Grundstück. Wir wollen den Grundstück nicht mehr machen. Das ist eine Verunreinigung von unserem Grundstück. Das geht trotzdem. Das fudert unsere Tiere. Das ist nicht so hinterlassen schafft. Das ist jetzt eine Puderverunreinigung. Das ist jetzt eine Puderverunreinigung. Wir sehen davon in zwei Wochen gar nichts mehr. Ja, also wie gesagt. Jetzt ist es ja auch noch aufgeräumt. Passt. Wir sind jetzt hier. Du glaubst, es ist ja noch noch. Da hieb ein starker Dreckel. Der Dreckel ist raus. Was? Stopp. Nee, im Dreckel. Von deiner Waffe. Oder warum? Die kommt da daneben. Du siehst. Das ist da ganz hinten meinst du. Genau. Was ist da? Das von uns. Das ist das Gelbe da. Ja komm. Wollen wir hinspazieren? Ich guck mal. Genau. Du allein. Und wenn ich alles mitwarte, bevor das sehe ich. Ja, ist ja gut. Warte, wenn wir Schildern noch machen. Warte, wenn wir Schildern noch machen. Wir müssen nicht. Aber wenn es nicht noch mal passieren soll, wem jemand anderem. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ich guck mal. Ja. Hey, das ist noch einmal ein Regenmustverlauf. Und dann ist das gut. Und dann ist das gut. Und dann hat das mal was hinwurde. Ja, jetzt gehen wir dann mal woanders hin. Das ist ja logisch. Genau. Da kommt vielleicht auch noch jemand. Dann wird auch alles anders entfüllt. Ja. Ich würde ja das, wenn wir so etwas machen. Oder wir brauchen, wenn wir so eine Gruppe hinkommen. Ja. So dachten wir, dass wir hier. Aber wenn wir heute noch fahren, dass das so ein liberal ist. Ja. Muss ich wirklich sagen. Da wäre ich so, dass ich so etwas machen hätte. Dass ich so etwas machen hätte. Wo. Ein verwahrloser Wies. Ist doch scheiß egal. Aber alles muss, dass keiner kommt. Das ist doch. Dass es doch gemäht wird. Und dass es doch. Futter produziert wird. Ja. 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 Wir haben hier einen ganz großen grossenradischen Platz. Das ist eine große Bühne��er. Das ist ein Kugelschwebe. Das ist wie Passagene. Aber man hat so eine kleine Skirche, die ist ja ein Kugelschwebe. Das ist nicht so. Wohler. Es ist ja auch immer eine Kugelschwebe. Es ist auch nicht praktisch. Das ist, was wir hier mit den Kugelschwebe ist. Ja, das ist ja nichts. Es ist nicht so. Es ist ja auch immer eine Kugelschwebe. Wir haben dann immer eine Kugelschwebe. Da ist die Kugelschwebe. Ja, ihr verstandet Tiere, das ist so gescheit, dass ihr das verstandet. So alt ist das jetzt gut, kann man sagen. Ich knallet mir sogar an die Stelle schieben. Stelle? Viehstelle. Wo muss man hin? Ja, wo? Auf der Straße, fertig. Da hängt sich ja dann andere auf. Hm? Da hängt sich dann andere auf. Ja, also. Wir sollten halt erst um 12 schießen und was geht aus. Warum? Ich hab hier auch schon zugegangen. Ja, und? Aber wenn wir uns sagen, dann können wir sagen, ihr soll euch mal halt doch gar nicht sein. Aber wenn wir wissen, dass wir hier nicht zünden dürfen, dann machen wir die Sachen. Ja, jetzt ist ja gut. Jetzt wissen wir es ja. Jetzt packt was. Jetzt packt was. Ich nehme die Tüte da. Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Tag, auch wenn Sie heute wohl keinen Spaß haben werden. Du, Jan, auch meinen Spaß haben. Ich trinke viel Alkohol. Was machen Sie? Saufen Sie sich die Hucke voll, oder? Nö. Ich trinke viel Alkohol. Okay. Alles klar. Tschüss. Alle sind auf der座ie. Ich trinke viel Alkohol. Alle sind in der Hüte. Und da sind ja da. Bis zum nächsten Mal.